Luxusflüge für Vierbeiner. Diese Fluggesellschaft transportiert Hunde und ihre Begleitpersonen. Und das auf sehr luxuriöse Weise. Hier gibt es alles, was das Hundeherz höher schlagen lässt. Leckereien, soweit das Auge reicht. Spielzeuge. Ein Board Spa, Pfotenmassage inklusive. Das Flugzeug bietet ausreichend Platz, kann 10 Hunde mit jeweils einer Begleitperson transportieren. Der Preis für das Hundeflugvergnügen beträgt auf Inlandsreisen 6.000 Dollar und auf Auslandsflügen bis zu 8.000 Dollar. Seit dem 23. Mai verkehrt die Bark Air zunächst zwischen New York, Los Angeles und London. Da bislang aber schon über 15.000 weitere Anfragen getätigt wurden, will die Airline in Zukunft auf weitere Reiseziele wie Paris, Mailand oder Chicago anfliegen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.